so hallo herzlich willkommen zurück begrenzte herausforderung rettende träume stufe 4 der jade lindwurm ist hier voll der freak ne aber das kriegen wir alles sag ich mal beim hat's gemacht ich glaube die nummer vier war immer so ein bisschen das nervige an allem bei den ganzen herausforderungen so sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr vier oder fünf war immer sehr nervig und die sechs war sowieso übelst krasser bullshit fühl die sonne bääääämm komm al de hagne al de hagne so jetzt gehen wir erstmal fully aufpowert in die zweige runde krägert heilamo ja man sieht schon es läuft nicht es rennt naja manchmal die komischen freaks da hinten irgendwie platt sobald kann die gar nicht drin da was denn da los so noch einmal take that hier drauf dream on ne heiderabatt was geht denn hier ab hm ja wir sprachen nicht alle aber jetzt erstmal also ich will jetzt mal so echt pauschal sagen ich glaube wir können auf automatik umschalten ne das macht dann elkisto jetzt schon ja man sieht schon geil ne so dann haben wir stufe 4 jetzt auch morgen kann ich ein bisschen früher hochladen weil morgen habe ich frei und dann gibt es gleich früh in so gegen halt gleich in der früh halt ne aber sieht man schon mal wenn das auf automatik laufen ist dann läuft das ne dann läuft das ne ja läuft richtig gut ne boah alter full power ne eins nach dem andern voll drauf ne ja wenn wir sagen geil omat ne dann bis morgen stufe 5 und dann haben wir doch bald äh was jetzt weiß ich gar nicht sind es 5 oder 4 stufen äh 6 stufen ne jetzt gibt es 2 ne ja ich bin jetzt echt verwirrt ne jibbi da bin ich jetzt ein bisschen echt überfragt ne ne 6 stufen passt schon ja dann bis morgen cheerio